Yo, alles klar. Ey, warum kommen denn da immer mehr, Alter? Was soll denn das? Ich hasse es, wenn man sich auf einen immer konzentrieren muss, dass man da gegen tausend andere... Ja, und damit wieder Lohnherz. Willkommen zurück zu meinem Let's Play. Okay, in der Bischof Spirits. Folge 21. Wir müssen jetzt die drei Relikte finden, um diese Dame da irgendwie zu dingsen. Aber was mache ich jetzt hier? Warum bin ich denn hier? Ich bin komplett lost. Habe auch lange nicht aufgenommen. Lass einfach mal gucken. Ja. Ah, nee. Wollte ich gar nicht. Sorry. Ich, äh... Naja, genau. Jetzt sind wir hier in diesem neuen... Naja, perfekt. Kenn ich noch gar nicht, ja? Naja. Aber es ist ein echt geiles Game, muss ich auch sagen. Ja. Hi. Ich kann sie überall fühlen. Okay, ja. Ja, okay, ja. Ja, okay. Und genau hier waren wir dann. Genau. Ich hatte mit ihr schon noch gesprochen, glaube ich. Und jetzt sind wir hier quasi in dieser neuen Welt. Und hier haben wir etwas rechts. Ja, gehen wir es einfach mal erkunden. Okay, das muss jetzt eigentlich direkt wieder hier sein. Ah. Okay. Beseitige dir Verderbnis in den Feldern. Ah, okay. Alles klar. Kann ich hier... Man kann hier leider nicht. Sieht man hier noch, wo Rot sind oder was? Egal. Stop. So, ne, gesammelte Objekte. Was ist das? Ah-ha. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 These not at once Okay, das hier ist wohl... Hm... Hä? Ach, das kann ich überall nicht hinmachen, oder was? What? Why? Kann das hier nicht nach oben... Quasi bringen... Aber wie soll denn das dann sonst hier... So, oder was? Und dann... So weit springen... Ich frage, ob das jetzt so... Volt ist... Ah, könnte schon... Könnte man schon so... verstehen, ne? Ah... Naja... Naja... Aber das muss eigentlich jetzt von der Mechanik her so geregelt sein... Hey, ich war... Vor allem, man ist ja drauf, ne? Man ist ja nun wirklich... Und das Spiel sagt dann aber so zu dir... Ach, weißt du eigentlich... Ach, weißt du eigentlich, bist du... Bist du eigentlich nicht drauf? Hm... Ist das aber wirklich so gedacht, oder...? Äh... Warum machst du denn... Doppelsprung? Verstehe ich nicht... So, na gut... Machen wir es einfacher... Habe ich jetzt gerade wieder mal nicht... Gesehen... Das geht auch, während ich drauf bin... Na dann... So, okay... Ich muss hier sogar wieder runter, aber... Okay, hier ist nochmal... Ne Kampfarena... Verstehe... Ja... Ne... Ne... Hier... Alter... Alter... Jo... Alles klar... Ey... Warum kommen denn da immer mehr, Alter? Was soll denn das? Ich hasse es, wenn man sich auf einen immer konzentrieren muss... Lass mal da gegen tausend andere... Ja... 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 Hu... á يا%. Nun... Geh... Aus... Macho... worth... Macho... Ah... Das stimmt... Macho... Macho... Hau... Ah. Oh ne, nicht so einer wieder. Ah, nicht so einer. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hä? Ich treffe seinen Punkt? Jetzt wird ich nochmal getroffen, Alter. Oh, was macht der Typ jetzt? Äh, ey. Ich weiche aus und er macht es nicht. Ah, ich muss jetzt nicht gegen die da... Junge, ich muss erst diese scheiß Welle besiegen. Oh, ich muss jetzt... Also... Hallo! Okay, jetzt habe ich zwei volle Leben quasi für den Typen, ja. Nicht mal. Das ist nett. Er zieht mir wieder 90% der Leben weg. Ey. Ich bin doch ausgewichen. Ich bin ausgewichen. Und diese Scheiße macht schon wieder nichts. Ey, da kriege ich so eine Aggressivität einfach rein. Ich bin zuerst. Ja, klar. Ja, es war schon knapper, aber... Was mich stört, ist, ich drücke die Taste ausweichen und er weicht einfach nicht aus. Danke für nichts. Danke. Danke. Neuer Versuch. Neuer Versuch. Da würde ich schon gerne diese Folge klatschen. Ich weich aus! Alter! Was ist das erstmal saueres, alter? Ja. Ey. Merkt ihr eigentlich, was da passiert? Oh, ich habe keine. Dings übrig. Nice. Oh ja. Nice. Ja, es ist schon wieder so Blödsinn, dieses Kampfsystem. ist schon wieder so Blödsinn. Einfach. Ey, können die nicht einfach mal was Vernünftiges hier entwickeln? Ich begreife es einfach nicht. Ich bin nicht so Nah, tor. Ich bin was. Ich bin nicht so. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Wir wollen das aktivieren, das ist wieder. Warum nötig wieder der Treffer? Wenn der das jetzt nicht gezählt hat, dann flippe ich aus. Ich habe jetzt volles Leben, ne? Ja. Inwiefern willst du mir das denn jetzt rechtfertigen? Und den hätte ich meiner Meinung nach nicht getroffen, aber gut. Aber gut. Auch nicht. Während dem Ausfall, ich habe da gesehen. Was soll das? Ja, klar habe ich jetzt keinen Dings da. So können wir nicht erzählen. Gut, reicht's. Machen wir es langsam mal von mir. Ja, das habe ich jetzt auch kein Problem mit. Ich bin zu früh ausgewickelt. Ja. Oh, ey, die sind immer hart, die Kämpfe. Das ist Wahnsinn. Irgendwann bist du drin im System, aber... Oh, ey, Wahnsinn. Das war einer von dreien. Wenn da jetzt bei jedem so einer kommt... Oh, Alter. Der flippe ich aus. Oh, okay. Puh, okay. Damit war's das für die Folge. Ja, Alter. Gut, nächste Folge geht's an dir weiter, Freunde. Tausend Dank wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017